Dad, der Fernseher funktioniert nicht. Oh, warte, Baby, langsam. Dad, kannst du ihn reparieren? Äh, ja. Ähm, na ja, jetzt zeigt der Schnee. Gestern Abend war es noch im Blue Screen. Ich frag mich, was das bedeutet. Was? Ja, siehst du, nein, der, der funktioniert einfach nicht. Ja, ich weiß. Kannst du den nicht neu booten oder sowas? Oder aufs Dach steigen oder so? Hier steigt niemand aufs Dach. Ich werde garantiert nicht aufs Dach steigen, okay? Aber ich fahr gleich in den Ort und vielleicht find ich da was, das, du weißt schon, hilft. Na ja, irgend so eine Zimmerantenne oder sowas. Na toll, vielen Dank für deine Hilfe. Danke. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Es handelt sich um einen Cyberangriff. Ich wusste, dass irgendwas kommt. Die Wahrheit ist viel erschreckender. Was ist die Wahrheit? Es wird keine Rückkehr zur Normalität geben. Untertitelung des ZDF, 2020